So Leute, wir haben ja jetzt neuen Part. Der alte, der ging doch ein bisschen zu lange und deswegen jetzt neuen Part und die Monsterfalle habe ich wie gesagt umgetauscht. Das heißt, sie sollte eigentlich funktionieren. Los Skeletti, Skeletti, los. Weil ich davon steig in die Macht nicht, dass die rauskommt. Ja, alles korrekt. Wege dich scheiß Skelett. Ah ja, ja, los, los, los. Jetzt heißt es warten, Leute. Ja. Oh, klein neunens. Oh, und dein neunens. Nein, du sollst doch gerade hoch. Skeletti gerade hoch, ihr... Ja. Nicht zu dich dran, nicht zu dich dran. Und nicht mit dem Schwert. Nicht mit dem Schwert. Mit der blanken Hand. Wann kommt denn denn? Der fragt mich da nicht, vielleicht... Ah, da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also, ein Turm noch höher, okay. Ich brauch Futter. Also mit dem Schwert klappt's gut. Ja, ich weiß, es soll auch mit der Hand gehen. Also Leute, ich werde nochmal kurz Pause machen, das nochmal nach oben erweitern. Aber so ungefähr funktioniert es. Die werden hier hochgespaut. Nur wie... Ich hab's falsch gebaut. Ich werd's nochmal kurz zeigen. Wie ich das jetzt vertauscht habe. Und bevor mich hier wieder... Skelett... Imagerinäre, Skelett abschießt. Hier einfach hier runter. Hier schon hin drunter. Da und dann hier. Und der Wassereimer wird hierhin platziert. Und... Hier auch das Ganze. Und dann da unten. Ein Schild. Hier dann... Wasser. Ein Schild. Hier ein Schild. Hier ein Schild. Hier drüber. Ein Block mit Schild. Und dann das Ganze immer so hoch. Und dann mach ich da noch eins hin. Und dann... Wie gesagt, ich erweitere das noch schnell nach oben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, Leute, da sind wir. Wir hoffen, es klappt jetzt. Als Simon es getestet hat, sah es sehr gut aus. Weil er ist verreckt. Oh, 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 oh. Das Person dabei ist. Ist Ovid. Geh nicht so dicht dran. Ihr könnt auch schießen. Denk dran. Ja. Futterst du? Nee, nee. Nee, nee. Ich will auch. Ja, haha. Oh, das war gleich tot. Ja, haha. Hat aber geklappt. Weg. Weg. Du musst am Block hinsetzen. Weg. Du kannst am Block hinsetzen. Dann komm mal rum. Du kannst dich hier noch drauf treffen. Das Stevens steh jetzt mit mir runter offenses. Aber ich brauche mir das kein reicht ja überlegt mal eben doch die vorzübte direkt dort also es ist nicht so ganz das was ich wollte ich wollte er wurden jetzt aber zwei Schläge geht auch es ist so wenn die nächsten werde die sträuben sich die haben um die Kindes er hat wie gesagt die Falle ist wenn du so willst ein Prototyp da ist er der letzte Ritter oh da ist er schon wieder eins ich glaube ich weiß wie es verbessern könnte hast du noch ein Glas ich verbessere das ganze mal also ich hoffe zumindest dass es denn verbessert ist indem ich das hier durch den Block ersetze das hier durch den Block ersetze und das und das dann sollten die hier rein theoretisch runterfallen halt dann kommen hier noch Blöcke hin und keine Schilder und dann sollten die rein theoretisch hier hoch also mache ich noch hier einen hin und dann sollte es eigentlich funktionieren funktionieren so noch mal neu also jetzt sollte es eigentlich mehr funktionieren weil sie jetzt eine bessere Führung haben zumindest wenn sie runterfallen das kann ich ihnen ja nun nicht abnehmen also unterhalten müssen sie schon noch wenn ich es richtig gesehen habe ist er sogar direkt da drin gerade gespawnt so ich komme wieder ja Leute es war jetzt leider nicht so spannend aber ich kann es nun mal nicht ändern hast du die Monster noch an? ja ja ich hoffe mal dass sie überhaupt noch funktioniert wieso? hä wie sieht es denn jetzt hier aus? huch ne ich habe ein bisschen umgebaut und warum? damit sie da besser fliegen können ja da kommt Testperson Nummer 1 ne was ist hier los? zum gucken ja fall direkt auf mich so Leute Horrorspiel ne geh mal weg dann kommt es besser Horrorspiel wer sich zuerst erschreckt der hat verloren na habt ihr euch erschreckt wenn ich bin schwer hat sie man da verschwenden ist da ja stimmt also solange sie da nicht dämlich rumstehen du Skelett da nicht dämlich rumstehen runter losen ja Skelett du musst es da jetzt mal runterkommen hallo Skelett Witzbald na move mal hin Digga na nun mach endlich Witzbald ey der steht da immer noch dämlich rum was? ich glaube jetzt habe ich es wasen ist das ne halbe genau Pflasterstein Stufe hehehe hallo wasen na hier ich habe jetzt hier damit hier offen ist da jetzt laufen sie da besser hin musst du nur kurz springen wenn sie nicht machen ach so man könnte ja da oben noch ne Fackel platzieren dann würde man mehr sehen kommt doch gerade gut wenn du nichts ziehst kommt so aus nichts angefallen hoch Guck guck nicht gegen die Stilmung anschwinden mann da stehen drei stück in schlange es muss ein misch macht zwischen one hit und two hit da dürfte der nächste hochkommen also die falle ist nicht so ganz das optimum so ich hab da noch eine steinstufe gemacht ja toll und jetzt er kann es ja trotzdem noch durchschlagen da kommt man nicht mehr so gut wo das soll man ja auch nicht ja wie soll man jetzt die items kriegen ach so das tja marschel ich hab die einmal so gut überlegt ja ich weiß was äh da kommt ein creeper ach ne das war gerade ein bug verkauft hübsglitz vor der konkrete Barreuse das wäre heute steht drei stück zu dieser bekloppt Die sind aber leider nicht auf dem Weg nach oben. No. No. Haha. Ey. Jetzt kommst du immer noch an die Items. Kannst zwar nicht mehr so gut sehen, aber ich will mal gucken, wie es jetzt ist. Geh mal weg. Toll. Ich seh nix. Ja, das weiß ich. Es musste eins kommen. Boah. Ich mach die kurz nochmal aus. Hier ist eins. Entschuldigung. Ich will nochmal. Da hat er eine Fackel, genau. Hier rein. Naja, die springen halt zu viel. Das will ich ja gerade unterbinden. So. Warte mal. Die werden hier nicht richtig um die Ecke geleitet. So. Problem fixen. Werden die jetzt gut um die Ecke geleitet. Muss ich gucken. Also die kommen hier. Kommen sie hier. Dann fließen sie einwandfrei um die Ecke und hier springen sie. Selbst wenn sie hier springen, werden sie hier langgetrieben. So, dann sollte das jetzt Ganze hinhauen. Na dann. Äh. Warte mal kurz. Ja. So, Leute. Auf ein neues. Jetzt nach unten. Genau. Und der geht gleich nach oben. Du, es funktioniert. Ja. So, da bin ich wieder. Es funktioniert. Wir können ja dann für heute erstmal. Ja, machen wir. So langsam. Schluss mal. Ja, ich bin nur noch kurz am überlegen, wie ich es noch verbessern könnte und dann. Sag mal, hörst du mich überhaupt? Ja, ja, ich hör dich. Ich verstehe dich nicht, egal was du sagst. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich hab nur gesagt, ich stell kurz was um. Was ist mit um? Ich stell was um. Ich baue was um. Schreib mal bitte. Ach so. Sag das doch gleich. Hab ich's doch. Ja, ähm. Wir müssen dann erstmal für heute. Schluss machen. Jetzt schreiben wir ja. Ja. Ach so. Okay. Sind die Monster noch an? Nein. Ah, okay. Hilfe. Ja, ich warte gleich. Sieht jetzt schon mal besser aus. Naja. Wenn irgendwo Monster ist, fliegt's runter. Das ist gut. Jetzt komm ja mal die Fackel da nicht mehr ran. Ah! Es geht los mit Monster. Hast gehört? Naja. So halb. Nein! Ach so. Ähm. Liegt... Hä, was? Warum? Da steht immer noch dumm rum. Aua. Er steht immer noch dumm rum. Jetzt ist der Arsch. Wer ist im Arsch? Die Monsterfalle. Jetzt geht sie gar nicht mehr. Ja, ich würde sagen... Ja, ich würde sagen... Wir machen ja gleich... Wie bauen die dann... Ähm... Die ist ja fertig. So, jetzt ist sie fertig. Ah, jetzt komm ich aber nicht mehr raus. Finish. Sag mal. Hast du da den anderen Portal Spawner noch in der Hand? Nein, die muss da sein. Nein, die muss da sein. Den hier, oder was? Die muss da... Ja. Ja... Ich hab da für ein Ausversehen... Ausversehen einen gecraftet. So, 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 so. Obwohl er noch da war. Jetzt, jetzt musst du gucken. Da, es geht hoch. Sie funktioniert. Tö, tö, tö. Ich sehe aber nichts. Kommt gleich. So, Leute. Mach Platz, ich würde es dir zeigen. Weg da, ich muss zeigen. Ach so. Ich gucke von oben. So, Leute. Also. Hier kommen die Monster rein. Dann fallen sie runter. Dann werden sie lang. Werden hier untergestubt. Na, los, stubt dich unter. Hier ist eins. Warte kurz. Dann werden sie da, wie man gleich sieht, im Schacht nach oben. Da geht es um lang. Dann geht es hier rüber. Dann fallen sie hier runter. Und dann kann ich hier... Bam. Gut, manchmal Zwieschläge, manchmal in Schlag. Und dann kriege ich da die Loot und XP. Das ist unsere XP-Farm. Und... Damit würde ich sagen, auch wenn die Episode jetzt etwas kürzer oder etwas länger wäre, würde ich sagen, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao, auch von meiner Seite. Ciao.